Ja hallo und willkommen zurück. Ich habe in der letzten Folge das Spiel geschrottet, gecrashed. Ähm, bei der Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Ja, gibt mir jetzt Zeug. Okay, Hauptsache ich werde damit reich. Gib mir Zeug. Hm. Hm. Okay. Ob sie mich immer noch suchen? Oder ob das erst wieder... Richtig, das Kopfgeld ist doch gar kein Problem. Hm, hm. Habe ich die Anforderungen, dass sie mich suchen überschrieben? Ja, ich muss das Spiel halt, äh, Bank schließen. Ich weiß gar nicht, ob ich Kopfgeld drauf habe, das weiß ich gar nicht. Irgendwann, das kann ich ja so zahlen. Das ist kein Ort für Touristen, glaub ich mir. Maram Savas. Ich weiß nicht, ob diese drei Delle haben Platz. Oder ob sie sich verholt haben. Was? Da ist noch eine Spiezergeschmärte. Dann ist noch eine Spiezergeschmärte. Drei von hier! Kann ich dein Lagerhaus ausräumen? Hallo. Oh, bist du drauf? Den wirst du finden. Wir hatten großartige Pläne. Großartige. Screw Yannick. Ich hoffe, die Syndicaten ihn schreien und schreien den Bastard. Und schreien Sie auch. Ja. Ja. Du erwartest mich einfach... Ich meine... Nach dem, was du gemacht hast... All right! Sheesh. Ich lasse. Wenn ich hier noch irgendwas mitnehmen... Ja, weg. Tschüss. Gibt's hier noch irgendwas interessantes? Nö, anscheinend nicht. Das wird ja noch interessant. Gucken. Ich hoffe, das Geld stimmt. Tausend lege ich ihn einfach um. Dieser Ort hier, ne? Der ist so ein... Wie soll man jetzt sagen? Eigentlich nur Verbrechen, Korruption, ne? Eigentlich nur Verbrechen, Korruption, ne? Hey, geh easy! Ja. Du redest mit Felix? Ich bin sicher, dass es ein großartiges Freude war. Hm. Fine, schmutziger Job. In Ebbside... Das ist der einzige Schmerz von Job, die wir haben. Also, jetzt. Neuer Geschäftsplan. Wo ich bin der Boss, und du bist mein Capabel und guter Unterling. Ja? Jannik's Blend ist schmutzig. Soon, da wird ein wunderschön. Das ist ein wunderschön. Ja? Und zwar gibt es eine neue Aurora. Und nur eine Beziehung, um das zu kriegen. Die Zenofresh Fischeries. Nasher gearbeitet da, und hatte ein besonderes Kontakt. Selbst das zu mir. Das ist ein guter Freund. Der Beziehungsstück auf die Aurora. Vielleicht ist das nicht. Es ist noch nicht wichtig. Also ist es Zeit, dass du einen produktivisten Mitglied des Gesellschafts-Bereinschaft und einen Job bei Xenofresh zu bekommen. Oh Gott! Und hier sind einige großartige und sehr legittimale Anwendungen. Und dein Name ist... Reilly Chernyshevsky. Ah! Schön, dass du, Reilly! Haha! Also, dass du dort arbeiten kannst? Oh, äh... Du weißt, wie wir machen, ja? Ein einfaches Rezept. Sie erwarten die Anwendungen, die Basis-Kämie zu wissen. Ah, natürlich. Also musst du dein bestes Reilly aufsetzen, Reilly, und eine gute Impression machen. Nexaros' Kontakt sollte jemanden wie dich suchen. Also, sie finden. Dann, wir legen noch mehr Aurora und die Profit werden fliegen. Das war schon nicht ohne, Alter. Das war schon nicht ohne, Alter. Muss ich... Muss ich... Sorry, cachedern, ja. Einfach, weil ich Geld brauche. Zack. Nein. Xenofresh. Mal gucken, was wir sonst also finden. Ich werde mehr Geld zusammen haben für das große Schiff. Um... Um... Takt. Ich werde das große Stärke zu trinken. Ich habe keine Schwächen. dass ich dir riley oh god is that cherny shitsky cherry du bist gar streckig am hals alles klar was soll ich denn noch von dir dann werde ich mal zu ihr gehen ich muss den Trigger hier setzen gib mir den job oh ich will doch gerne mal eine bank ausrauben ich glaube da gibt es nicht viel zu holen ich habe einen Doktortitel wahrscheinlich stellen die einfach jeden ein ob der arbeitet zum umfallen äh was bist denn du für einer hier muss ich mir zum ja du bist beschäftigt dann machen wir halt mal ein bisschen unfug ok passt nur da also der passt nur da zack äh das war doch vor wir spielen manchmal ne egal ich habe hier noch ein paar na können wir miteinander reden wenn ich sofort anfangen ok ich muss jetzt also einen Anzug anziehen Anzüge Outfits ich habe dir gerade für das geklaut du erzählst ganz schön viel ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr sterben weil du nicht einfach direktionen klar klar also hier ist die facility nicht gehen woher du arbeitest du arbeitest du machst was und du geteilt und zurück zu irgendwelchen Kratol du kommst nicht du arbeitest du arbeitest nur was du arbeitest du arbeitest du bist du arbeitest du arbeitest in der Zeno-Fresch Maschinen nicht fraternize except auf hier wir die arbeit Mh, Fischreste. Und jetzt? Umazeutisches Labor. Klingt recht simpel. If you take too long, don't take too long. Questions? Hey, your fingers are as fast as you run your mouth, you'll do fine. We understand each other, right? You get one run through with training wheels, no time limit to learn the system. After that, the clock is ticking. Finish your shift, do well, and maybe you come back. You could go to the break room before you leave. Toll. Okay. Wie funktioniert? Gibt's Zeug. Okay. Und jetzt? Wohin damit? Finally off shift. Time to swing by Lagrange and get blended. Craft. One batch. One minute starting... Now. Ja, durchschnittlich. Okay. Ich bin mal gespannt hier. Äh, zu da. Hey. Okay. Wow. Was war das jetzt? Oh. Ich will aber nicht warten. Wollen wir uns eigentlich immer den Rucksack ab, wenn ich hinsetze? Hm. Ähm. Okay. Okay. Wir sind im Geschäft, ja? Ja. Okay. Okay. Oh. Falsche Taste. Kann ich nicht einfach an den Lagerraum jetzt? Ja. Ja. Jetzt dazu und zum Lagerraum. Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja. Das ist ja uncool. Kann ich ja grad hier überall hochklettern. Ne, das ist uncool. Da müsste man überall zu Fuß hin gelatschen. Das sind immer so viele Laufwege, ne? Nicht geil. Was ist los? Was ist los? Was? Was? Weil es uns so schrecklich leid tut. Unsere Operation ist zu klein, um eine Mordermittlung zu riskieren. Und das ist nicht so gross, okay. Ja. Und dann. W Wir benutzen nur ein bisschen von Aurora, um eine Blende zu machen, und Blende ist für alle. Bitte, erzähl ihm. Ja, erzähl mir. Also, du hast einen Markt erwähnt. Ja, du hast einen Markt erwähnt. Janik? Ich glaube, du bist ein Geschäft. Ja, fast. Janik hat gerade angefangen. Die Kredite sind los. Warte. Hast du dich einfach Janik? Für echt? Ich... Ich... Muzzle es. Hier ist das Problem. Du musst, um die Aurora aus der Fische. Du machst deine Blende und verkaufst, was du willst, auf der Straße. Aber ich nehme 20% der Profit, um zu tun mit deinem Schein. Wir sind fertig. Janik. Du hast mich mit mir Geld gemacht. Okay. Ich dachte, wir sind tot. Meine ganze Leben flasht vor mir. Ich sollte es. Oh. Unsere Profit gehen, ja? Ja, aber wir müssen noch nicht mehr bemerken. Wir müssen noch mehr bemerken. Also? Business as usual, ja? Ja? Du machst das Zenofresh, und dein Kontakt sagt dir, wo du holst. Du gehst da, wo du holst. Du gehst da. Du machst eine einfache und sehr selbe holst. Und du gehst es mir. Oh, ich bin jetzt bereit für eine neue Schicht. Wir gucken uns das gleich mal an. Well, vielleicht meine erste. Ah, wer bin ich schuldig? Es ist dir. Zeit für Arbeit, dann. Ähm. Es war Reilly, ja? Ja, Reilly. Wir gehen eine Schicht bei Zenofresh. Weiß nicht, ob ich noch Kopfgeld habe, das weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal, ey. Weil... Jetzt ist es egal. Larry ist nicht dabei. Gucken, was das alles... Was das so abwirft. Gucken, was das alles... Wenn man die das nicht einfach, äh, überhaupt Shortcut laufen kann, ne? Dann geht's nicht. Hier. Ah, die Küche. Wow. So. 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 Ähm, ja, teilweise, manchmal ein bisschen umständlich. Lohnkürzung. Lohnkürzung voll. Ich glaube, man kann hier nicht, man kann hier nicht gewinnen. Ach, ja. Ähm. Weit unter einer Minute. Weit unter einer Minute. Letzen Sie sich. Nehmen Sie erst mal den Rucksack ab. Mh, das ist mein fettes Steak, wenn Sie sich reindrücken. Mh, das ist mein fettes Steak, wenn Sie sich reindrücken. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Also wir haben jetzt, wir sacken ja gerade echt gut Geld ein. Wo ist diese Koordinate da? Ah. Linden. Die Dinger sind so hässlich, ne? Elevator. Oh, eine Koordinate, bin so zweipatschig. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, es wird immer schwieriger, da ranzukommen. Oh, eine Koalition. Wo ist die Natur? Oh. Gucken, was wir für so ein Paket bekommen. Irgendwann wird das auch fliegen, ne? Geht zurück in Bayeux Plaza, bevor die Disciples geteilt. Danke für die Frau. Wir müssen uns nachdenken, nicht wahr? Uns Krate-Rats glaubten, dass die Ebside-Strikers wunderschön waren. Mit all den Muggings und Shakedowns, aber nicht, dass sie auf den Roppen sind. Ich wünsche, dass sie nicht nur Holt-up und Madame Sauvages sind. Die Straße sind schlecht. Real schlecht. Sie finden sie bei Madame Sauvages. Sie sind immer auf den Roppen, wie sie sagen. Looking für neue Blut. Also, für sich so helfen. Für eine Chance für eine Donation. Komm schon, ich könnte es schützen meine Leben. Was mit den Disciples und alles. Ich habe ein Herz. Hey, danke. Na ja, vielleicht wird er noch wichtig, der Kumpel. Wir machen das Paket ab. Gucken, was wir dafür erhalten. Ich glaube, wir sind Schlenks beobachtet. Oh, ich muss hier rein. Oh, ich muss hier rein. Ah, wunderbar. Super A-Plus, Partner. Wir bleiben so wie das und wir beide leben sehr groß. Janek könnte immer mehr nutzen. Unsere Klienten sind so stolz. 3.000. Was ist aber hier? Forschungslabor. So. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.